Yo Leute, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA Online Zusammen mit dem Onkel, dem Alex und dem Infernos Hallo an euch! Was geht? Ja, du musst doch mal seinen Terrell im Hintergrund rausholen, danke! Ne, und ja, wir machen jetzt hier die Cruise Session hier Bisschen GCTV Cruise Session Natürlich auch mit anderen Cruise am Start Und ja, wollen wir mal loslegen oder was? Mach doch nicht mal so komische Geräusche da im Hintergrund Natürlich, ja genau Alex, ist gut, hier hast du den Infernos mal in Ruhe Ey, wunderbar, der mag Kai, der hört hier heimlich zu, macht seine sexuellen Geräusche da Ey, ich lege jetzt los, ne, wir spielen Wir spielen ein Spiel Mit dem Krokodil, alter Geil Ey, wir sind alle in einem Team Ja, so muss das Einmal im Leben GTA war's richtig 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 Das ist doch richtig hier so, ne? Ich hoffe, wir machen's jetzt auch richtig Ich muss erst mal vernünftig hinsetzen Jaja, ihr alle hier Wieso wieso was war's? Ich auch Wis, 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 wis Flutsch, flutsch Ja, ich bin so-wider schon Bereit, bereit Wer schafft da nicht? Ich hab's noch Carlo und Höxi Ich hoffe, ich nehme das jetzt hier nicht mit auf, also vom Fernseher der Sound koppelt. Wäre traurig. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Wie cool. Ey, ihr hebt den Panzer, Onkel? Du weißt Bescheid, das ist deiner. Haben da nicht mehrere? Ne, wir haben nur einen. Ich würde auch gerne einen doofen. Was hab ich dann? Komm mit rein. Du kannst doch nicht rechnen. Ich darf an die Raketen, oh, das ist ja geil. Oh, da hinten geht es schon los, ne? Der Weed ist so nett und jetzt fliegt er einfach weg, natürlich. Ich kann nicht, da geht es schon los. Ich muss schießen. Na gut, ja gut, dann Bodentruppe. Alter, aber. So unfair. Ist einer von euch erst mal? Ne, aber einer muss und könnte schon eine ZZ auf jeden Fall. Oh, ein Pferdus. Pferdus, machst du? Der Weed. Nein, ich wurde weggeholt. Ein Hill is down. Oh, wegen dieser kleinen Unstimmigkeit. Leider, leider. Kurz verwirrt gewesen. Kurz verwirrt? Ja, helft ihr nicht. Wir haben ja nur voll die Billigwaffe. Ich versuchte gerade den Panzer wegzuhauen mit meiner Kiffwerferei. Das wird nicht. Ah, nein! Okay, Carlos ist auf jeden Fall ein guter Pilot. Der pustet denn da? Ja, ich nicht. Kann der schlecht gerade überprüfen. Wir stehen nicht auf dem Radar, mein Gott. Ah, der Onkel. Weißt du, der siegt mich hier überall. Der kackt Panzer muss mal weg ohne nichts. Der ist auch cool. Ah, scheiße. Weißt du, die haben den Panzer jetzt. Ehrlich? Das haben wir ja schon mal verkackt, wa? Irgendwie schon. Der ist direkt neben mir. Der sieht mich aber zum Glück nicht. Oder er campt jetzt da. Er wartet da jetzt. Haben sie noch Helikopter? Ich könnte versuchen, ihn jetzt zu klauen. Aber das wäre viel zu riskant. Ich könnte es versuchen, naja. Aber es wäre so riskant. Die versuchen, mich mal hinten rum heranzuschleichen. Ah, jetzt sieht er mich. Jetzt weiß er, dass ich hier bin. Da habe ich irgendein anderer... Oh, das ist doch... Alter, auf den Ball hat der Panzer. Auf dich, Alex. Ja, der hat auf mich geschossen. Was ist der Panzer? Ich sehe den. Ah, doch, jetzt sehe ich den. Er ist ein Cock, Alter. Oh shit, Panzer. Okay, Alex, ich bin hinter dir. Ja, was wollen wir machen, ey? Mit Maschinengewehr auf die schießen, oder was? Geht ja auch nicht an. Stopp. Der Maschinengewehr, oh. Doch. Kann nicht sein, die gewinnen jetzt nicht nur gegen den scheiß Panzer, oder? Das stimmt. Ah, der zählt irgendwie ein bisschen ab. Nee, die gar nicht mehr. Oh, der Heli ist gelandet. Ja? Das ist ja gar kein Auto, ey. Boah, das fällt mir jetzt erst auf. Ey, was haben die für Waffen bitte? Die haben Panzer, Hubschrauber, Minigun. Hä? Sag, wieso hat der ein Auto-Aim und ich nicht? Freudige Köte! Gibt's doch gar nicht, doch bei Rollen. Ich hab nicht gerecht, Alex, hab nicht gerecht. Ja, das ist gut, aber wieso haben die Auto-Aim und ich nicht? Das weiß ich auch, ich hab auch kein Auto-Aim. Keine Ahnung. Ja, wir haben auch kein Auto-Aim. Oh, Panzer, Scheiße. Oh, nein! Ach, nee, 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 nee. Was ist das? Wie ist das denn toll aus? Oh, oh, oh. Ja, was kann ich denn dafür? Der Panzer ist für den hier. Weiß ich nicht. Nichts. What's denn? Ich muss doch mal irgendwas sagen. Alter, du bist so ein Cock, Alter. Geh krepieren. Nein, echt. Nein, der haut ab. Scheiße. Was wollen wir jetzt gegen den Panzer machen? Nein. Ach, der Andy, Alter. Der Noob. Was macht der denn überhaupt hier drinne? Weg, Alter. Sauber, hast richtig gemacht. Ja, genau. Was ist das denn? Alter. Ey, ich kann den UTS von, der hat mich gerade beleidigt, der Wichser, ey. Das denn gerade? Ich meinte gerade so, du Arschloch und so. Ich so, ja, du Wichser, ey. Ja, so muss das, ey. Och, da ist wieder der mit dem Panzer. Ohne Mist. Was willst du gegen den machen? Der ist völlig okay jetzt. Wollen wir jetzt aus dem Weg gehen? Ich steig da gleich ein. Aus dem Weg gehen, der fährt voll auf mich zu. Beziehungsweise, ich komm da. Nein! Der ist schon da. Höchsti. Ja, er hat auf jeden Fall... Ah, okay, Laser. Wir beide. Pass. Ja, wir beide. Wir beide rennen zum Panzer. Los, komm. Komm schon, wir schaffen das. Nicht. Da ist einer. Achtung, da ist einer. Da ist einer. Nein! Ey, wieso hat... Katakado. Katakado war da. Scheiße, das mit dem... Ich glaub, der hat auch nicht funktioniert. Ja, hab ich auch gerade versucht. Ey, Alex, wie kann der in dem... in dem scheiß Hubschrauber so gezielen? Das geht doch gar nicht. Ja, und ich frag auch nicht, wo dieser Another Name LOL ist, der die ganze Zeit mich da klingt. Alter, der hat ne... ne Giertelnatte, ey. Ey, wir kriegen auch immer richtig aufs Maul. Ja, wir sind scheiße. Wir gehen einfach nicht daran an, weil's doch einfach unfair ist. Ich bin voll die OP-Waffen da. Ihr seid unfair. Wir haben einfach den Anfang ein bisschen verkackt. Das war das Problem. Hätt's aber mit dem Panzer auch nicht besser gemacht. Denk ich mal. Tschüss, Andi. Oh, nein! Und da kommt schon der Kalu. Hä, wie trifft... Alter, wie trifft er so gut? Ja, das ist doch mit... Alter, das geht doch gar nicht. Tschüss doch, Leute. Wieso haben wir kein Auto-Aim? Warum denn? Der schießt doch mit... Oh, bist du blöd, Alex? Nein, nein. Dieser Another Lane... Another LOL. Der hat... Boah, wie er nervt. So denn hat der Auto-Aim? Ey, der hat Auto-Aim ohne Scheiß. Woher willst du das wissen? Wenn ich so schnell trifft? Der sieht dich grad erst. Ja, und? Ich schieß doch auch meistens so schnell. Die Helis visieren Gegner an. Im Death-Match. Ja, die Helis auf jeden Fall, genau. Aber die meinen ja, dass LOL halt... Der läuft so rum und hat Auto-Aim. Das stimmt aber gar nicht. Das kommt euch vielleicht so vor, weil er so schnell ist. Aber der hat kein Auto-Aim. Dieser Andy stirbt aber auch nicht. Ich krieg hier die ganze Zeit nur... Irgendwelche Raketen ab. Ah, David! Der steckt mich hier gerade, weil er auf mich schießt. Trefft den nicht wegen dem Gewackel hier. Ja. Oh, dieser. Ja, endlich. Kack, Scheiß. Oh, hinter uns kommt einer. Der mal ein Versperrfeuer da, der Vogel. Pass auf, pass auf, da kommt ein Hubschrauber. Da kommt ein Hubschrauber. Ja, ich seh ihn. Doch, ne, die schon wieder. Ey. Der Panzer kommt, oder? Ist der Dack geschlürzt? Nein, doch nicht. Kann er nicht durchschießen. Er kann da durchschießen und ich nicht. Das ist auf jeden Fall fies. Der Panzer ist leicht fies. Geiße! Oh, der Panzer, egal. Ja, wir haben halt am Anfang verkackt, ne? Wo seid ihr? Oh mein Gott. Weil dieser eine Panzer, das kann doch nicht sein. Oh, oh. Der Panzer schießt wieder auf, man. Wackelt's nur. Warte, schlägt ihn ab, schlägt ihn ab. Okay, ich bin schon weg, keine Sorgen. Ich bin schon wieder weg. So, lauf, 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 lauf. Da ist der Panzer, oh Gott. Ja, genau durch. Nein, sorry, Alexa. Oh man. Sorry. Hast du es gesehen? Der war ein Van und trotzdem trifft er mich. Nein. Was ist denn der Van? Ich bin gar nicht gesehen. Alter. Oh, wir haben verloren. Ja, wie kommt der? Kein Wunder. Verstehe ich nicht. Ja, das war auf jeden Fall, haben wir uns nicht gut angestellt diesmal, wa? Aber egal. Da freuen sich doch alle anderen dann wieder mehr drüber. Natürlich. Was war das denn gerade für ein Bug? Ach egal, ich frage gar nicht. Ob das die labern hier irgendwie, die ganze Zeit. Äh, ich hab bloß es nicht gegeben bekommen. Oh ey, für was denn? 30 Platinauszeichnungen. Ach so. Jo. Jo, so muss das. Okay, was ist als nächstes dran? Alter. Ein Rennen weg, Daddy. Leute. Da gibt wieder gecrash hier, ne? Der kann sowieso nix. Der kann nichts. Außer Ramm wahrscheinlich. Steht da unten nicht irgendwie, irgendwas XY Käsebrot. Ich kann gar nichts machen. Es gibt diese Option mit Spielerinformationen. Nicht mehr bei mir. Ja, Playliste. Da steht doch innen vorbeigetretener Spieler ansehen. Steht bei mir ganz oben. Also als zweites. Bei mir gibt es das nicht. Ja. Wirklich nicht. Naja, ich mach erstmal weiter. Machen wir da drin noch. Und dann machen wir erstmal einen kleinen Cut. Gucken wir mal in der Zwischenpause. Dann wechseln wir bitte die Lobby. Ja, da müssen wir auch. Weil die anderen wollen ja auch mal mitspielen, ne? Da warten ja ein Haufen Leute. Das wäre natürlich unfair, wenn die nicht mitmachen können jetzt. Alles hier angekündigt und so. Und dann können nur die Hälfte oder nur ein Bruchteil der Leute mitmachen. Das ist auch scheiße. Ja. Deswegen immer schön wechseln. Das ist immer ne schöne Junge, ey. Das ist immer ne schöne Junge, ey. Wo ist mein Renngelb? Da. Ah. Ja. Meine Wette? Ne, ich wette nicht. Immer wenn ich wette, ey, verliese sie so. Ja. Ich hätte mal Geld auf den Onkel. Ja, und wenn ich dann auf Onkel wette, dann verliert er. Wieder Klatscherei. Ja. Ey, wir haben jetzt Big Daddy. Achso, ich dachte, das ist für ein Offroad drin. Boah, Alter. Ja, wir wissen alle, dass wir alle eine Route haben. Das ist ganz toll. Das ist der Aller-Ein-Route. Was der fuck? Feil ist toll, oder? Was labert der? Ey, der labert. Wir haben alle eine Route. Eine Route? Oh mein Gott. Boah, ich wurde direkt weggeklatscht. Ich weiß, dass ich eine Route habe. Was ist das für ein Kribbel im Hintergrund? Ja, ich habe eine Pension, die wir haben. Oder wir könnten im Hintergrund kommen, der dann. Trinken die im Hintergrund? Keine Ahnung. Fernos, ich werde dir mal empfehlen, das irgendwie leiser zu machen. Beziehungsweise die Sprache mal ganz aus. Also nicht jetzt. Fahr erst mal drin zu Ende, für die nächste Session dann. Ja, aber das ist echt nervig, wenn diese Mongos und da gerade ein Schrein hört, wie sonst was. Da bin ich umsonst in eine Party gegangen, weil das klar war, dass wir irgendwelche Mongos sind. Ey, wer baut so einen Scheiß hier? Keine Ahnung, ich habe es nur ausgewählt. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Dann ist es so sinnlos wieder mal. Ich finde sowas spaßig, ey. Das ist mal nicht normal so. Ja, du bist echt eine Held, Alter. Du bist echt eine Held, Alter. Du bist echt eine Held, Alter. Ich glaub, streich da, wichser. Hört nicht schon leiser gemacht. Ja, dann geh doch in eine Party, mein Gott. Ausgeprägte Sprachorder. Ja, aber wie er sich handelt, als ob er gerade was getrunken hätte, Alter. Aber ich glaub, der hat einfach nur so. Geh ne Ahnung. Egal. Falls drauf. Einmal weiterfahren. Jetzt erst mal hier. Leute, nimmst du mal noch? Der Ton ist jetzt aus. Also eigentlich müsst ihr ja nichts mehr hören. Nee, ist ja nichts mehr. Ja, pass auf, wenn du gegen ihn fährst. Oh, ihr Hurenzellen! Schau mal, was passiert. Solche Typen sind echt fertig. Na los, battlet euch mal da vorne. Macht einen Unfall, dass ich hier alle dran vorbeikomme. Ja klar. Ja wie, ja klar. Machen! 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 Bist du vorne? Ich bin explodiert! Ich lande und explodiere! Was ist das denn? Oh oh! Oh auf die Fresse! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Nooo! Jaaa! Oh, ich hab's auch überlebt. Oh oh! Ah, tschüss! Oh, danke! Danke, Kater! Du hast mich richtig vernünftig hingerät. Lol! Tschüss Alex, ne? Wir sehen uns dann irgendwann. Ey, was soll denn der Müll? Irgendwann. Boah, ich muss gleich was trinken. Ja, ich hab so'n Trocken halt. Oh, ist der Dumm! Oh Gott! Ich worst was Weißes Alex, oder was Rotes. Nee. Pinnenschokolade, lutschen bis das Weiße kommt. Oh nein! Den kannte ich auch noch nicht. Echt nicht? Alter, der ist richtig alt. Ohne Mist. Ey, keine Ahnung. Ja, ich bin mir sowas eigentlich nicht beschäftigt. Oh! Knapp. Auch nicht, aber das hörst du so von so Assi-Schabra... Assi-Schabra... Ja, Facebook und so. Ey, dann bist du doch nicht mehr normal. Nein! Nein! Du einfach... Hey! Guck mal, den Bus kennen wir doch von irgendwoher. Von so'n Fail sind. Ach, du bist schon wieder hinter mir? Ja, ich will dich jetzt nicht rammen, weil sonst schreist du wieder voll rum. Alex, du wohnst. Vornig, Alex, du wohnst. Was bist du? Du leckst mich schon wieder ab, weil du hinter mir bist. Ich leck dich ab! Hau ab! Nein! Guck mal, wegen dir. Du hast mich gerammt. Ja, irgendwie muss ich an dir vorbeikommen. Es war aufs Feldwegstraße. Hau ab! Ich will aufs Treppchen! Wie? Alter... Alter... Ich ramme dich nicht. Ich weiß. Ich hab dich einfach nur an dir ver... Nein! Ey! Ich kann da gar nicht richtig fahren, wenn du mal im Weg bist. Ja, wie? Fast nicht! Willst du mir doch die Schuld für jeden Scheiß geben? Oh oh! Ja, was? Oh Gott! Nein! Tschüss, Alex! Nee! Nicht ganz! Das war nicht meine Schuld! Ich konnte doch gar nichts mehr machen! Alex, du rammst nicht mehr so weg! Ja, aber selber! Ey, das war nicht... Ey, wie soll ich das machen? Was ist das denn? Anker rauswerfen, oder was? Ja! Oh oh oh! Nein, ich hab mich gedreht, die Idiot! Okay, gut. Wieder 180 gemacht. Oh man! Nein! Hauptsache es ist lustig, ja? Ist ja egal, welcher Platz man hat. Genau! Hauptsache es macht Spaß! Man lacht mit seinen Freunden! Freunde! Alter, das ist auf jeden Fall eins der anspruchsvollsten Rennen überhaupt. Echt so langsam, also das ist so anstrengend. Ach, nö! 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 Kota ich bin schon wieder umgekippt alter wie und lande wiem was 3 ich hab´s wascuinn ich tosen ich steuere nicht hier Die Strecke ist für Supersportwagen, wir sind hier los. Auf jeden Fall. Katakalo erster. Ich bin zweiter mein Frohn, zweiter. Alter, was für ein geiler Jump. Alles klar, Leute. Los, schnell ins Ziel. Was ist das denn hier wieder? Session Cut. Ja, du bist Coda. Ins Gesicht, ja, ja. Ich würde auch sagen, dass das erstmal ein bisschen reicht. Oh, da wichst er erstmal. Er schüttelt sich erstmal richtig irgendwo ab, weil er die Karte... Oh, guck mal, die haben gewettet. Auf wem? Keine Ahnung, dieser komische... Wie spricht man denn aus? Höxi, 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 Höxi. Crazy Andy oder Andy. Andy. Eher Andy, weil Andy ist da mit I. Andy. Andy. Oh nein, nicht ins Ziel, eh. Ah, ne. Ja, das Ziel fahren ist schon doof beim Rennen, ne? Ja, ne, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Nächst verfehlt mir ein bisschen hier der Weed. Ja, dann könnt ihr euch mal mit den letzten battlen. Ja, genau das. Er fehlt ein bisschen. Oh man. Okay, alle im Ziel? Alle am Start? Ja, ich glaube. Doch. Another name, du... Boah, ey. Ich hab den seiner Scheißkarre nicht gelandet, wer wär ja auch nie in den Fluss geflogen. Ja, aber was soll man machen? Da soll man vertrauen. Na ja, gut, alles klar. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier erstmal ein Folgen-Päusle oder ein Session-Päusle. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao.